hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren part von aragami nach wie vor sind wir der aragami sprich rachsüchtige geist und ja im letzten part es lief so gut es lief so schön ich dachte juhu wir hätten da mehrere spielstände also speicher points dingens nein das waren alles keine das war nur so zum spaß gespeichert checkpoints gibt es leider nur so wie sie hier dort gerade sind wenn man ein gewisses gebiet betreten hat ansonsten kannst du warte mal wie sagt man da am besten richtig ansonsten kannst du draußen gehen ja das heißt ich darf noch mal weil es eben so lustig war den ganzen garten hier den ganzen friedhof hier besser gesagt noch mal machen ja dient alles zur übung ich glaube ich trifft der schlag ja das so wie sie warten es war so schön wir haben uns so schön durch gespielt echt ich war ganz stolz auf mich habe mich gefreut dass wir die beiden schriftrollen gefunden haben unten ein schrein dachte ich mir ja dachte ich mir das muss jetzt hier speichern nichts da nichts da verstehst wirklich nichts da es ist gerade so bitter es ist so bitter so wie vergisst große krokodils drehen wirklich das ist echt nicht schön das war nicht so wir waren so gut das so was mit dem bei der gelegenheit möchte ich gern diesen seiten dings ausprobieren ich glaube nicht dass der sofort gilt oder nach wenn dann funktioniert wahrscheinlich anders hier fällt er wieder runter das saugern du ellentiger so rauf hier noch mal verstecken da kommt irgendwo so ein grad noch oder nicht mehr war da nicht irgendeiner ach so weil ich mich gesehen hatte na so war das genau genau erzähle ich wieder meine erinnere mich jedenfalls ich bin so betrübt echt ich kann es nicht in worte fassen wie betrübt ich gerade bin naja was soll man machen warte das war nicht so klug mhm hat er es erledigt so schnell weg mit dir war es geschafft so bis dahin ist es ja mal recht einfach was mache ich denn da es ist so bitter es ist so bitter es ist so bitter 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 ich muss mir die fähigkeit noch mal durchlesen warte kurz so wie geht das jetzt schatten ein schattensprung zu einer kante neben einer wache töte diese sofort eine kante eine kante muss das nicht ähm oder sollte das nicht ein dingens sein oder sollte das nicht ein dingens sein war so husch wo ich mir es halt jetzt kommt die untere ne sauvache ja das war nicht gut weg schnell weg so ist gut so kante ok das muss ich noch üben also eine wand ist es definitiv nicht das muss ich noch üben eine kante ich hätte schon gedacht dass es hier dass es sich dabei um eine wand handeln müsste ist er schon weg der ist schon weg hallo na kommst du mal Der ist auch schon weg. Fast. So. Bis daher lief es ja schon mal nicht schlecht. Boah. Sechs Minuten gebraucht. Auch keine schlechte Zeit. Das ist nur die Frage. Hier habe ich mal einen ermordet. Das ist nur die Frage. Wo steht der Klatscher jetzt? Der Zipfelklatscher. Dahin geht er. Gut, nochmal zurück. Der muss zuerst dran glauben. Der da. Und weg mit dir. Sehr gut. Ah, zu wenig Schattenenergie. War klar hier. Was? Da kommt noch einer? Ah, der da. Okay. Ui. Warte. Warte. Puh. Holla, die Waldfee. Es wäre gut gewesen, den da oben zuerst zu killen. Jawohl. Und weg mit dir. Und wir gehen auch schon weg. So. Jetzt kommt er wieder. Mhm. Das Licht ist doof. Wow. 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 Jetzt müssten eigentlich schon alle Wachen kaputt sein wieder mal, ne? Da ist er. Hm. Wieder warten bis er drüben ist. Bis er hier ist. Errungenschaft. Paint in black. Komm her. Passt. Gut. Weg mit dir. So ist fein. Gut. Jetzt müssen wir eigentlich wieder wachenlos sein. Zumindest mal hier in diesem Gebiet. Ich hoffe es halt. Schaut gut aus. Da drüben schaut es auch nicht schlecht aus. Husch. Da unten drunten ist auch gut, die Wache ist auch weg. Passt. Husch. Dann müssen wir hier rüber, ne? Wieder mal. Husch. 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 Noch mehr. Husch. Ein Stück davor vielleicht. So. Passt. So weit, so gut. Haben wir sie schon mal. Und Husch. Passt. Und wieder schön skillen. Sehr gut. Und schnell weg. Gut. Den ersten haben wir schon. Ist das bitter. Ähm. Theoretisch. Wirst du das schon so klappen? Und ab in die Schatten. So ist gut. Ah je. So. Das haben wir schon mal. Lief ja immerhin schon mal schneller, ne? Als das letzte Mal. So. Würdest du bitte weg gehen? Das bleibt dir da beinhart stehen. Keine Patrouille mehr. Aber jetzt nicht dein Ernst. Wie soll ich die zwei Hampelmänner dann umhauen? Das macht ja keine Patrouille? Ja. Die Finger. Im Ernst jetzt. Hm. Das ist jetzt natürlich eine blöde Geschichte. Ich frage mich, was diese ganze Fuchsstatuen Geschichte soll. Ist der Fuchs nicht das Wappentier von Kuyuyus Wugugugu? Vielleicht hast du recht. Das ist also die Königsgruft. Wir können auf den Gräbern der Nishoruku Anführer irgendwas machen. Wahrscheinlich was denkst du? Ich überlege, ob ich eins der Gräber aufreiße und einen abseile. Bitte was? Ha. Oh. Da will der reinscheißen. Wie können sie es wagen? Oh. Ah, jetzt geht er. Oh. Alter Schwede. Das gehe ich aus Schaum. Die Dinger sind doch schon weg, ne? Das stimmt schon. Na, passt schon. Alles gut. Diese Schweinl. Da habe ich die Schweine beleidigt. Das war's mit dir. Du scheißt dich in kein Grab mehr rein. Du Mistfink. So. Wir sind mal weg. So. So weit waren wir doch schon. Haben wir den ganzen Bad gebraucht, wo ich jetzt da gerade mal zwölf Minuten, okay sagen wir 13 Minuten gebraucht habe. so. Ah, ja. Den einen Kerl da oben müssen wir jetzt warten lassen. Äh, warten lassen, ja. Äh. Müssen wir warten, bis der jetzt richtig positioniert ist. Da muss ich vorsichtig sein. Da muss ich vorsichtig sein. Okay. Hm. Da wäre es schon besser fast zuerst den da drüben zuerst auszuschalten. Aha, ich sehe gerade was. Da wird's auch gehen. Okay. So, zuerst bist du mal fällig. So. Der da vorn macht mich auch nervös. Der da vorn. Also nicht. Der noch drüber, ne. Bewegt der sich auch keinen Millimeter? Schau, was da ist. Aber jetzt nicht der Ernst. Noch eine Schriftrolle. Boah, sind die Böse versteckt. Leck mich am Buckel. Oh je. Auf. 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 Ich glaube jetzt habe ich nur Glück gehabt wieder mal. Auf. Auf. Ich glaube jetzt habe ich nur Glück gehabt wieder mal. Ich will mir das anschauen. Gut, ist schon noch vorbei. Das war nur Glück. Das war wieder mal nur Glück. Weg mit dir. Und die muss ich nicht weg. So. Alter Schalter. Aber nicht schlecht. Echt war nicht schlecht. Noch eine Schriftrolle. Ich habe sicher welche übersehen. Ich habe sicher welche übersehen. Wenn die schon so gut versteckt sind. Boah, ey. Das war ein bisschen zu weit vorne. Aber trotzdem zwecksmäßig. Passt. Hin ist er. Okay. Schwupp. Jetzt müsstest du nur noch du da sein. Also du sein. Du da. Jetzt geht es da auch noch runter. Ich glaube, mich trifft der Schlag. Das Licht ist sogar schon so stark. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich brauche mehr Schattenenergie. Ich brauche mehr Schattenenergie. Ich habe auf Enter, auf Enter, genau. Auf Leertaste gedrückt. Du Sau. Hätte mich fast gesehen. So, das müssten alle gewesen sein. Hier mal. Bitte lass mich endlich mal speichern. Das kann ja nicht sein, dass ich niemals mehr speichern darf. Da muss es doch wieder mal ein Checkpoint geben. So. Darin habe ich das... Was? Dahin habe ich das also getan? Ach so. Was ist denn jetzt beim Talisman oder was? Mhm. Glöckchen. Glöckchen? Ah, eh, die Kindheit. Schon wieder. Diesmal hat es sich anders angefühlt. Ganz anders. Das war meine Kindheit. Deine Kindheit? Das habe ich nicht erwartet. Wahrscheinlich ist das eine andere... Nein, eine weitere Nebenwirkung des Rituals. Ach. Das Mädchen. Das... Warst du? Ja. Die Glocken gehörten meinem Vater. Du hast gerade zugesehen, wie er und meine Mutter von Lichtgeweihten ermordet wurden. Moment. Sollten das nicht eigentlich Gutes sein, wenn es schon mal Lichtgeweiht ist? Frechert. Lichtgeweihte. Aus den Reihen der Kaiho? Kaihiho. Kaiho. Nein, das war lange vor der Kaiho. Diese Länder werden seit Menschengedenken von Lichtbruderschaften angegriffen. Taiharo, Saigosen, Kaiho. Eine Folge der anderen... Eine folgt der anderen. Wir haben sie immer zurückschlagen können, bis zu dem Tag, an dem die Kaiho auftauchte. Letztlich sind sie alle gleich. Gnadenlose Mörder. Abgebrühte Schlechter von Jung und Alt gleichermaßen. Jamiko. Ach, tut mir leid. Ja, da. So. Dieser Schrein wurde zu Ehren meiner Eltern errichtet. Ihre Leichen hat nie jemand gefunden. Wo ist es doch gescheit? Diese Männer, diese Mörder haben kein Stückchen von innen übrig gelassen. Nichts außer den Glocken. Diese Erinnerung. Ich habe die Angst gefühlt. Den Schmerz. Es tut mir leid für dich, Jamiko. Danke, Aragami. Wir müssen weiter. Trag die Glocken wie einen Arm reif. Sie dürften dir nützlich sein. Gut. Aber ich gebe sie dir zurück, wenn ich dich finde. Danke. Danke. Die Glöckchen erinnern mich gerade an Dragon Ball. Vorsicht, da kommt jemand. Oh, na toll. Ah, ist das zum Anlocken? Das wäre jetzt so cool. Das könnte eine gute Gelegenheit sein. Zieh mit den Glocken die Aufmerksamkeit der Wache auf dich. Und weiter konnte ich nicht lesen. Geräusche machen mit V. Was war das? Boah, das ist sogar ein heftiger Blingeling. Ha, nichts erwischt. Das war nicht gut. Das war jetzt kacke. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. War das ein Safe Point? Ich habe keine Ahnung. Minus 500 Punkte. War das ein Safe Point? Das war gerade nicht so, wie ich das haben wollte. Minus 500 Punkte, ey. Ich traue mich gerade echt nicht. Was ist, wenn das jetzt... Wenn das jetzt kein Safe Point war? Ich mich trifft der Schlag. Verlasse den Bereich. Boah, ey, wenn das jetzt kein... Nee. Ich meine, ich muss nach der Runde sowieso Aufnahmestopp machen. Das war sicher kein Safe Point. Oh, es war ein Safe Point. Es war ein Safe Point. Lieber Herr im Himmel, danke vielmals. Danke, 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 danke. Fuchsgeist, wer auch immer mir da hilft. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Oh, guck mal. Welche Richtung geht da? Die Richtung, okay. Einmal im Kreis herum. Und jetzt... Ja, das war jetzt schön. So muss das ausschauen. Oh mein Gott. Ich bin gerade so happy. Alter, mir wäre jetzt gerade alles eingeschlafen, glaube ich. Inklusive Gesicht. Bist du gescheit? Was haben wir da? Kann man hier was lesen? Ja, gut, lesen schon, aber ich verstehe kein Wort. Ui, eine Windschlange. Schön. Ich mag Windschlangen. Das schaut sogar ein bisschen aus wie Shenlong. Shenlong. Long, long, long. Ich mag sowieso Windschlangen. Also, die erste habe ich ja gesehen. Bei... Wir haben den Talisman, kennen wir, um und suchen den Weg in den Wald. Irgendwo in die Richtung hat er gemeint, ne? Ja, das ist die Frage. Die Richtung oder die Richtung? Irgendwas war da drüben, ne? Den Weg in den Wald. Da geht's mal nicht raus. Okay, die sind ja eh nett, was das betrifft. Aber ich bin gerade echt, ich muss trotzdem sagen, auch wenn Eigenlob stinkt, da hat sie vollkommen recht. Aber, ne, das hat die alte Zocke doch gar nicht mal so schlecht hinbekommen, oder? Das haben wir ja gar nicht so schlecht hinbekommen. Ist es dann hier der richtige Weg? Schaut so aus, ne? Dann schleichen wir uns wieder. Hm, oder auch nicht. Könnte auch hier richtig sein. Aber ich glaube, eher drüben hätte schon gepasst. Ich bin ein Trottel. Die habe ich ja gar nicht gemacht. Meine Güte. Hä? Jetzt ist er wieder weg. Das ist wieder da. Moment, was? Aber die haben wir jetzt echt nicht gemacht, ne? Die müsste ich noch machen. Die müsste ich wieder machen. Da kommt der Kratler. Aufpassen. Boah, ey. Die muss ich noch machen. Für die Punkte und so, ne? Wir haben jetzt den Wald. Oh Gott, da muss ich noch einen Part machen. Ich muss noch einen Part machen. Das geht nicht anders. Ich muss da alles verschieben, weil das gerade so gut lief. Die habe ich komplett vergessen machen. Ja, geh nur weg. So, ja. Und ab mit ihr in die Schatten. Nichts für rüber da. Schleiche, 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 schleiche. Und hü-hüpf. Und Pause. Hü-hüpf. Und hü-hüpf. So. Jetzt müssen wir dann den zuerst ausschalten. Den Kerl. Und dann bist du dran. Und dann haben wir es hier auch schon wieder geschafft. Dann gehe ich noch einmal zum Schrein rauf. Puh. Ich sag euch was. Warte. Noch zu früh, mein Schatten. Warte, 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 warte. Nicht so ungeduldig. Er muss zuerst weg. Ja, das muss er. Ja. Genau. So. Gleich ist der Hampelmann weg. Und geht schon. Appetit die Schatten. Und wir müssen zurück. So. Fein gemacht. So. Wir hüpfen gleich darüber. So hüpf. So. Und positionieren uns schon mal. Für den Schattenschritt. Na komm. Komm Kasperl. Und zack, zack. Weg ist er. Ich glaube, wir haben jetzt sogar ein paar Punkte mehr als vorher. So ist fein. Das müssten alle sein. So. Dann mache ich noch einmal sicher selber eine Ehrenrunde. Eine kleine. Das ist ja echt noch weit noch in der Schrift. Wow. Dein Ernst? Wasser ist nix gut? Wasser ist tot? Mhm. Aha. Wasser ist tot. Okay. Muss ich mir merken. Ist klar, ne? Japanische Legende. Glaube ich, ne? War das nicht so? Wasser ist nix gut für einen Geist. Oder so? Oder kann man erst Geist ersaufen? Scheiße. Ich bin so ungeschickt, ey. Nee. Na gut, was soll's. Jetzt fange ich nicht nochmal von vorne an. Weil wir müssen den nächsten Part sowieso hier wieder starten. Aber immerhin, immerhin sind wir ja schon hier gelandet. Im nächsten Part mache ich das nochmal schön sauber. Da werden die vier nochmal kribieren und dann schauen wir, dass wir durch den Wald kommen. Ja. Passt. Ist jetzt ne eine Minute mal früher Schluss, aber ich glaube ich verkraftbar. Na gut ihr Lieben. Ich bedanke mich abermals fürs Zuschauen, fürs Zuhören von ganzem Herzen obendrein und fürs Ertragen und Erdulden meiner Fails. Und ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid, dass ich so feile. Aber ja, ab und zu läuft's halt blöd, ne? Obendrein wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.